hey yo was geht auf freunde herzlich willkommen zu einem neuen video aus dem kanal ich bin zu ihr füßen und ja freunde heute mit einem fifa 20 video digga ich bin grad von vorhin so geflasht man das video ist so spontan entstanden digga man 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 hey ich wollte eigentlich kein video aufnehmen ich wollte einfach nur packs öffnen und dann wieder offline gehen dann digga dann hole ich meine silber 1 specks silber 1 ab und dann zweiten berg digga dann kommt der fucking wie ihr am titel seht der eiken eiken digga ich bin so geflasht ich bin so was von geflasht man gönnt euch auf jeden fall das video bis zum schloss man die reaktion war krass auf jeden fall lasst mir die folge also lasst mir das video jetzt schon mal einen daumen nach oben da und let's go man oh walk out walk out ellison walk out walk out i can i can deco i can i can oh my god i can oh my god oh my god ey ey einfach ey das sollte einfach kein video sein oh my god oh my god oh my god ey meine zweite eiken in fifa 20 ey meine zweite eiken in fifa 20 bro bro oh my god oh my god oh my god deco 400k auf den knacken digga oh oh und jetzt deco ich beziele ich spiel ai fein du und jetzt deco Ich glaube es immer noch nicht Oh mein Gott Einfach so aus dem Nichts Das sind Silber 1 Packs Silber 1 Silber 1 Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Nein Digga 350.000 Münzen Ey ich weiß nicht ob ich ihn sehen Ich glaube ich werde ihn spielen Digga Ja man ich werde ihn spielen So ich mach den in den Verein Digga Oh mein Gott Leute So nächstes Pack Digga Also ich Ich war die ganze Zeit durch Digga am Anfang Weil ich Ich wollte einfach kein Video aufnehmen für Silber 1 Packs Aber jetzt wurde das zu einem Video Weil ich eine Icon gezogen habe Digga Das ist heftig man Das ist richtig heftig Oh mein Gott okay jetzt kommt nichts mehr Jetzt kommt nichts mehr Digga jetzt kommt einfach nichts mehr Boah ich hab einfach nicht gecheckt dass es am Anfang ein Icon ist Auf einmal kommst du Eine Icon Wappe Digga Da war Schluss Da war Ende Digga So letztes Pack Ich hab keinen Bock mehr Digga Ich hab einfach das System auseinandergenommen Man 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 Okay jetzt kommt glaube ich noch eine Walkout Portugal Na nicht schon wieder Rechter Mittelfeld Okay doch kein Walkout Pizzi Das war zu viel Digga Das war einfach zu viel So Mal schauen Okay jetzt Hier ist nichts mehr drin Ich bin grad Ich bin grad geflasht Ich bin grad richtig geflasht Oh mein Gott Mann Ich glaube ich werde jetzt Allen Ja Allen Ich weiß nicht Allen ist doch gut ne Wie viel Chemie ist er hier Auf 60 Digga Fuck Hm Wir machen was Digga Soll ich den behalten man Ich glaube ich werde Den austesten Ja Ich werde ihn austesten Digga Oh mein Gott Einfach Jacko Erspersitzer hier Digga Let's go man Oh mein Gott Vier Sterne Skills Drei Sterne Schwacher Fuß Digga Oh mein Gott Freunde ich würde sagen Lasst Für das Video ist ein Daumen nach oben Da Das war eigentlich ein spontanes Jetzt Video Also es war gar nicht geplant Es war echt nicht geplant Lasst auf jeden Fall ein Like dafür das Video Kann nicht mehr reden Digga Weil ich so geflasht bin Oh mein Gott Kommentiert mal Wie war die Reaktion Digga Ich hab's gar nicht gepeilt Ach ja Freunde ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Morgen kommt auf jeden Fall Ein Reaktionsvideo Verpasst das nicht Digga Ein Reaktionsvideo mit BenMister Verpasst das nicht Digga Morgen um 12 Uhr oder so Um 13 Uhr Ja Damit bin ich raus Haut rein Macht's gut Und Ciao Bis bald Ja